Football is a populist pandemic punching bag. Finde ich wunderschön. Und dann wollen sie zum Vorbericht zum Spiel gegen die Hertha am Sonntag 15.30 Uhr. Ja, kommen wir aus Stuttgart und bringen auch viel Stuttgart mit. Also erstmal Askasibar, der ja damals im Winter der 2. Ligasaison zu Berlin gewechselt ist. Und jetzt natürlich, klar, der neue Trainer, Taifun Korkut. Es ist unfassbar. Als ich diese Meldung gesehen habe, ich dachte erst, das wäre ein Fake-Account. Jetzt mal ehrlich. Also, ja, trennen bis Saisonende bei der Hertha jetzt. Das hat er bei uns schon mal gut gemacht. Die verrückteste Ergebnis-Fußballs-Glücks-Rückrunde aller Zeiten, glaube ich. Die Hertha hat ja eigentlich auch gar nicht mal einen schlechten Kader. Die haben einen ordentlichen Kader beisammen. Kohle ist ja auch da. Soll ja ein bisschen höher rausgehen als jetzt das, was sie gerade zusammenspielen. Weil spielerisch und tabellarisch kommt da gerade nichts rum seit längerer Zeit. Schon auch wieder x Trainer-Entlassungen oder auch sonst im Verein viel Unruhe gewesen. Spieler wie ein Stark, Serdar, Toussaint, Pjotek, auch ein Jovetic. Da ist was dabei. Natürlich jetzt auch wieder dabei die ganzen Kämpfgerüchte. Die kennen wir auch schon seit Jahrhunderten. Dann soll er halt zur Hertha. Also wirklich so abgestumpft bin er mittlerweile. Das ist ein nervigstes Gerücht wirklich. Ja, beim 1-1-Ausgleich von Augsburg. In der 97. in Berlin letzter Spieltag. Noch aufgetreten in einem 3-4-2-1. Aber gut, das war ja noch da. Da ja mal gucken, wie ein Korgut auftreten lässt. Aber klar ist, nach der halben Miete gegen Mainz muss hier der zweite Schritt folgen. In der zweiten Heimspiel in Folge. Es ist gleichzeitig auch ein Duell der Tabellen-Nachbarn. Klare Geschichte. Wir haben Platz 15 gegen Platz 14. Wir haben einen Punkt weniger als die alte Dame aus Berlin. Durch den Mainz-Sieg sind wir jetzt punktlich mit den Augsburgern, die eben auf Platz 16. Wichtig ist dann ganz klar, hier wird der Abstand zu gewinnen von da unten. Oder weiter Abstand zu gewinnen von da unten. Sechs-Punkte-Spiel. Schöne Formulierung. Aber es ist halt einfach wieder nächste Spiele für uns sind Wolfsburg aus. Also die Bayern zu Hause. Deswegen auch in Hinsicht auf die Spiele müssen da drei Punkte geholt werden. Muss da gepunktet werden. Und ja, Hertha danach auch mies wichtige Spiele nach unserem Aufeinandertreffen. Nämlich Bielefeld zu Hause und Mainz auswärts. Schauen wir uns die direkten Duelle an. Insgesamt haben wir da eine minimal bessere Bilanz. Also 30 Siege, 17 Unschieden und 27 Niederlagen gegen Berlin. In Heimspielen sieht es schon mal deutlich, deutlich besser aus. Noch 22 Siege, 10 Unschieden und nur 5 Niederlagen. Letzte Saison war es ein Unschiedenshaus. Ein 1 zu 1 und in der Hinrunde ein Auswärtssieg in Berlin. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Personalsituation, da noch von letzter Woche nachzumelden quasi, ist die Corona-Infektion von Führig. Die wurde vor Mainzspiel noch gemeldet. Jetzt aktuell aus der PK kommt, dass Pridlo muskuläre Probleme hat. Dadurch wird der zweite Keeper gegen Berlin, Florian Schock, heißen. Hinter Carasso und Anton steht noch ein Fragezeichen. Und Kempf und Milo sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das sind so die Hauptmeldungen. Und damit sehe ich auch tatsächlich nicht unbedingt mehr als zwei Änderungen in der Startelf. Also ein Nahteil für Carasso und Kempf für Anton. Nach den PK-Aussagen gehe ich einfach davon aus, dass die beiden Kollegen dann auch nicht von Beginn an spielen werden. Wenn sie es tun, wäre es natürlich umso schöner. Und auch sonst sehe ich da keinen Reinrücken gerade. Auch wenn Leute zurück sind, wie beispielsweise in Koulibaly. Ich sehe da keinen irgendwie vorne, sich dann nochmal vor einem Marmusch oder sowas zu positionieren. Die kurze Mainz-Zusammenfassung macht dieser Tweet hier für mich. Selten ein VfB-Team auf dem Rasen gesehen hat. So gallig ist. Ganz starker Auftritt. Also das waren verdammt wichtige drei Punkte. Und überhaupt, Silas ist zurück. Und da schreibe ich so, genau wie auch eben den anderen Tweet zu Silas Rückkehr. Finde ich auch sehr schön formuliert. Wie mein Herzensverein und nahezu alle Anhängungen in den letzten Monaten bis zum vorläufigen Höhepunkt seiner Einwechslung heute mit Silas umgegangen sind. Macht mich so dermaßen stolz und verliebt. Wie gesagt, schöner Kommentar. Schön formuliert. Stimmt auch. Und schön auch, beide Hütten sind Bundesliga-Debüts. Also zwei Bundesliga-Tor-Debütanten haben wir. Und wurden auch beide gewürdigt. Kicker und Sportschau, öftest Tage schauen wir uns da an. Der gute 400.000 Euro Mann Ito, man kann es nicht oft genug sagen im nächsten Sommer, ist in beiden drin. Und auch Sosa leistet ihm Gesellschaft in der Sportschau. Zum Hertha-Spiel ist schon mal klar, dass man Korgut besiegen darf, will, muss, wie auch immer. Das ist ein ähnliches Ding wie bei Weinzierl. Klar, die Saison hat nicht so geklappt mit dem 4 zu 1, aber wir haben ja letzte Saison schon geschlagen gehabt. Zu Hause die Augsburger unter Weinzierl. Ja, aber auch Hertha ist ja nicht unbedingt stark. Also irgendwie ohne bös sein zu wollen, aber die kriegen ja absolut nicht das auf den Blass, was sie im Kader zu stecken haben eigentlich. Also die darfst du zu Hause schon mal schlagen. Nochmal der Begriff des 6-Punkte-Spiels hier. Oder Angst ist nur ein kleines bisschen da vor diesem Fußball-Gott-Ding und diesem neuer Trainer-Effekt-Ding. Das wäre das Typische der Welt, wenn wirklich so ein klassischer 0 zu 1 Ein-Torschuss-Korko-Zieg bei Rumspringen für die Hertha. Aber hoffen wir einfach mal nicht drauf. Rino hat es auch ganz gut formuliert, wie man jetzt die Hertha erwartet, nämlich zum Trainerwechsel. Nach einem Trainerwechsel ist es oft schwer einzuschätzen, wenn der Gegner auftreten wird. Wir sind auf alles vorbereitet. Ich glaube, es muss so auch sein. Weil mal gucken, was bringt Korko da jetzt hin? Spielen sie wirklich, spielen sie attraktiver als unter Dardai? Bleibt es recht ähnlich? Bleibt es ein destruktiver Fußball? Bleibt es Ergebnisfußball wie bei uns? Klappt der Ergebnisfußball wie bei uns? Das muss man jetzt vielleicht gucken bei der Hertha bis zur Saisonende. Und auch ein großer Punkt, der quasi auf einem ähnlichen Bullshit-Level ist von Hoffnung und Angst und bla bla bla, wie der neue Trainer-Effekt halt, ist eben, dass wir letztes Jahr unter Geisterspielen. Kommt Geisterspiel, kommt VfB. War mir extrem stark. Unsere Geisterspiel-Saison war überragend letztes Jahr. Deswegen Voting in Community Tab. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Und ich gehe hier ganz, ganz selbstbewusst auf einen 3 zu 1 Heimsieg. Das Spiel findet ja, wie die meisten schon mitbekommen haben werden, ohne Zuschauer statt. Da habt ihr meine Meinung ja schon vom Sonntag, glaube ich, noch, als es so ein bisschen aufkam, im Video drin. Geile nochmal reinziehen. Ja, auch wenn jetzt die Bund-Länder-Konferenz eigentlich mit Beschlüssen 15.000 Zuschauer möglich gemacht hat, fahren jetzt eben beispielsweise Sachsen, Bayern und eben auch wir so ein bisschen ihren eigenen Weg. Hier gehen maximal 750 Zuschauer. Gegen Berlin gibt es keine. Gegen Bayern muss man mal sehen. Aber auch damals wird es sehr, sehr wahrscheinlich keine geben. Auch bei 750 Zuschauer brauchen es eine Stadion nicht zu öffnen. Ja, wie gesagt, meine Meinung ist in dem Video drin. Ja, ich finde es sehr, sehr schade und auch irgendwo einfach nicht groß begründet. Ich glaube, da mal so ein bisschen diese Englisch-Überschrift von der Deutschen Welle müsste, glaube ich, sein. Nämlich, Football is a populist pandemic punching bag. Finde ich wunderschön und finde ich bestimmt auch in gewisser Weise. Und natürlich hier auch noch der gesamte Spieltag getippt, so auch aufzufinden in der Kick-Tipp-Runde. Ich bedanke fürs Zuschauen. Ja, dann streamen wir halt am Sonntag. Sehen wir uns da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.